Hi, Abdu hier. Wie heißt du? Sebastian, Mel, Anja und Thomas. Sehr schön. Meine Frage ist, wolltet ihr eure Eltern selbst pflegen oder weniger Geld haben und dafür Pflegedienst engagieren? Wir würden gerne unsere Eltern selbst pflegen. Wir haben sie selber gepflegt. Und warum willst du das machen? Weil es menschlich ist, weil man das so macht, weil man einfach nicht jemanden abschiebt in ein Heim, sondern weil man das selber macht. Okay, was denkst du dann? Ja, genau das denke ich auch. Und die haben uns als Kinder geholfen und großgezogen. Also müssen wir auch dann den letzten Weg mit denen gehen. Auf jeden Fall sehr stark, ja. Und? Ja, ich würde auch meine Eltern selber pflegen, weil gerade wie mein Vater schon gesagt hat, als Baby und als Kinder wird man auch unterstützt, Windeln gewechselt. Und das sollte man einfach da weitergeben im Alter. Auf jeden Fall sehr stark, ja. Gleiche Meinung. Gleicher Meinung. Alles klar. Vielen Dank. Das war's. Vielen Dank. Hi, ab du hier. Wie heißt du? Nico. Ja, komm, komm mal, komm mal. Jonas, komm. Jonas, komm. Jonas hier, gell? Ja, bitte. Sehr schön. Okay. Frage lautet, würdet ihr eure Eltern selbst pflegen oder weniger Geld haben und dafür Pflegedienst engagieren? Selbst pflegen. Selbst pflegen. Und warum? Ja, weil die von der Geburt an alles für dich getan haben, so. Für mich selber. Ja. Deswegen müssen wir was zurückgeben. Das heißt, zurückgeben willst du halt? Ja. Und was sagst du? Ich hab die selbste Meinung auch. Ja? Kannst du noch tiefer was du so sagen? Ja, was meinung hat. Deine Meinung hat. Deine Meinung hat. Deine Eltern oder zu meinen Eltern? Deine Eltern. Mit meinen Eltern. Und? Das heißt, du wirst immer Zeit haben für deine Eltern. Egal wann und wie. Egal wie. Die haben uns das ganze Leben gekümmert. Ja? Immer Zeit haben für die Eltern. Alles klar. Sehr stark. Wirklich. Dankeschön, gell? Das war's. 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 Schönen Tag, ja. Ja, wünsche euch mal. Hier zwei auch noch, oder? So, hey, ab du live hier. Wie heißt du? Daniel. Und du? Alexia. Sehr schön. Die Frage ist, Wurde, wie bitte? Wurdet ihr, würdet ihr eure Eltern selbst pflegen oder weniger oder weniger Geld bekommen, dafür Pflegedienst engagieren? Ich würde selbst pflegen. Wurdest du selbst pflegen? Warum? Ja, weil ich würde meinen Eltern nicht so Unbekannte schicken und so. Okay. So, wenn ich Zeit habe, dann würde ich das selber machen. Alles klar. Und was denkst du damit? Darf ich auf Spanisch antworten? Ja, kannst du gerne, aber hast du die Frage verstanden? Ja. Okay, kannst du auch von mir aus. Ich kann so oft Spanisch reden, wenn du willst. Ja, gerne. Danke. Ja, gerne. Ähm, bueno, ich würde mich für meine Eltern beschäftigen, weil, wie sie sich für mich beschäftigen, ich glaube, es ist auch meine Aufgabe, mich für sie zu beschäftigen. Sehr gut. Ich habe es gar nicht verstanden, aber es klingt mir gut. Vielen Dank. Das war's. Danke schön. Danke schön. Das war's. Das war's. Ist das? Das war's. Oh, was ist das? Da war's. Vielen Dank.